Bist du überhaupt hingegangen? Ich lösche einfach den Punkt Technik. Oh na, so ohne Witz. Ah, ich hab dich gefunden. Los Pokémon, fang Onyx! Onyx ist so hässlich in dem Modpack. Ja, aber ich will sagen, was hätte ich jetzt. Packen hier, ne? Ah, witzig. Boah, witzig. Ja, aber hast du hier hinten auch schon? Ja. Also ehrlich, ich kann es nicht fangen. Das ist nur von mir, oder? Wie du siehst schon. Hahaha, Puppe. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Und doch. Das ist auch gut so. Wir haben da die ganze Lava hier weggemacht, ey. Alter. So, drei Minuten, ne? Ja. Dann bin ich weg. Und ihr könnt dann auch gerne weitermachen. Ja, wir machen... Ich glaube, wir machen das noch, oder? Ja, sorry, Puppe. Wir kam halt nicht früher. Wir kam halt nicht früher. Ja, ich schon, aber in der Toilette. Ich war vor allem da. Aus dem Bild in der Toilette. Haha. Das war eigentlich tatsächlich richtig witzig, Rana. Verstehe. Ich kam schon vor euch, aber in der Toilette. Er kam in der Toilette. Ja. Redstone. Wow. Redstone? Geil. Halsmon. Ich hab wirklich gefunden, die Diamanten droppen, ehrlich. Was ist das denn? Serious. Das war... Ich hab's vergessen. Mews droppen doch, äh, Diamanten und Ender Pillen. Ja. Ja, aber Mew hab ich nicht getötet. Warum machst du das? Ich glaube nicht, das ist Mew. Es war ein verwandeltes Mew. Achso. Verdammt. Alle Pokémen sind geklonte Mews, die in der Toilette sind. Ja. Naja. Alle glaub ich nicht. Ja, aber einige. Ich glaub nur Tito. Ja, war Lava offen. Alle sind geklonte Pokémon, Junge. Achso. Alles sind geklonte Ramlus. Von welchen Pokémon denn? Ja, von Mew. Du, die Seite ist auch völlig im Arsch, ne? Ich kann nicht mehr, ähm, mit dem Link raussuchen. Nein? Ne. Man sieht mal, wie das Danny echt inkompetent ist. Ja, Mann. Genau, bei der Seite. Jo. Dann hol mir mal bitte den Link. Viel Spaß. Kann ich grad nicht, ich bin in der Aufnahme. Du bist ja auch nicht Willi. Vor allem überall sind Relaxos. Nicht? Wo ich bin. Überall sind Relaxos. Überall, ja? Ja. 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 Wir sehen überall Relaxos. Drei, vier Stück seh ich grade hier. Aber ich kann jetzt grad keins fangen. Ich hab nicht genug Pokéwälder. Das ist OR. Der Puppel hat ja schon seins. Ja, ich hab meinen Flauschi. Ich bin zufrieden. Oh. Ja, ja. 503 Servers unerweinable. No servers available to handle this request. Ja. Puppel, der kann ja wahrscheinlich nicht. Hä? Der versteht ja nicht, Puppel. Doch. Der kann das. Er kann Puppelösch, Junge. Puppelösch. Kann Puppelösch nicht. Puppelösch. Puppelösch. Ich kann Puppelösch. Ja. Er wird zurückgegangen. Er wird zurückgegangen. Übrigens, äh. So, so Bier ist. Du hab dir mal hier. Bier ist. Du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst. Samplei oder so. Du meinst, so. Du mögst. Da hab ich dir was. time-mon-Jug stampft. Oh. Du meinst Echt? Ja-ja. Bucke man in juridischerctica. Naja. Ich könnte sie einfach alle. Bist nicht anders auf deutsch? Wie bitte Man ass nennt schon? Fünf immer, was? Fünf, fünf stück. aus vier 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 fünf dinge das lohnt sich ja doch schon na ja die haben ja zwei augen aber ich glaube meistens nur ein manchmal aber nicht wenn wir jetzt ich habe jetzt fünf donnersteinscherben eine badsteinscherbe haben wir irgendwie kacksam auch wieder raxo haben noch wachsen also ich bin noch mal weg bis zum beurteil mal ja also hatte wenn user disconnected von muttern und das war eine gruppe und drei millionen zeit zu ende das wird sich findet sich witzig wir haben da die hülle ist noch richtig großen bin durch mal ein bisschen ein bisschen habe ich ein bisschen in die höhe gebaut und da ging es dann weiter halt kann ich mir eine komplette rüstung machen endlich willi ich bin der meinung dass ganger und pixi die gleichen pokémon sind wirklich möglich an dem großen wasserfall neben der lava und da müsste so ein cobblestone ding nach was denn das ist ein vieh wasser 1 objose wahrscheinlich haben dies muss auch immer ein zeichnet saphirubin und smaragd das ist ein relativ neu also für dich ist es ein neues ok also längst dass mich nicht ja ich hasse ihn einfach mal alle war es ist ja voll die diskriminierung ja ich mag keine nachfolge folgt man der fackeln alt ist immer besser also auch ein richtig schön altes sandwich von 1912 auch geil oho ja alt ist ja nicht gleich abgelaufen naja doch manchmal schon halt bei essen zum beispiel ok bei beiden jetzt nicht aber ansonsten schon ne naja gut ich gebe dir nicht recht der wuppe steht auch auf gilfs ey rammler du brauchst du brauchst da gar nicht so tun ja hier gefallen auch milfs ab 40 hat er gleich naja gut wie das ist nämlich über 40 erst mal gelaufen es ist also sagen alle reiferen zwischen abgelaufen ja naja hat ja keine reißen zuschauer ne du hast nie ohne witzel ich hab hier grad so nen ruckel durch den jungler oah du fotze ey meine kohle hier geht es weiter ich habe eisen gefunden au ne du bist mir in die spitzhacke gelaufen denk dran popel ist so mal in der hardcore season gestorben das stimmt ja durch dich aber auf dem bildstand dass ich es war hier ich habe dann ein emolga gefunden fuck you oh lapos gefunden im emolga kennt er nicht er ist nicht so ein pokémon typ rammler ist eher so ein mädchen naja ja ist halt rammler ne das ist ein mädchen ii mädchen ich mag keine mädchen mädchen sind voll die mädchen da kommt ne s hinten ran mädchen 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 oh rammler hat gold gefunden mädchen mädchen mit dem fahrzeug vergesst aber was ich ich google mir achthangi suchst immer noch nachmöglichen zu starten wenn du und bons da starten er werde ich in 3요 eDR doches wie das stimmt ja ich mag ich mag keine hinterher ist nicht wie du hast nur pico wir gucken wir gucken uns diese scheiße wieder zusammen an und das klar ist wir haben uns das noch nie angeguckt ich wollte damit reinziehen du hure ja natürlich schon merkt richtige gerüchte hier ich sag nur naruto das geheimnis was ist mit naruto das ende von naruto ist bekannt zumindest für amna es ist mir komplett egal das ist aber ein dicker baum gleich mal testen sagst du ach so alter hat gesagt er drei schwänze er war genauso schlecht wie meiner wie man es aussieht macht lucario wirklich eine mega entwickeln danny alter was vollkommen interessant lucario wer ist lucario das coolste pokémon überhaupt nach wir kennen es nicht alles klar aber ihr keine pokémon gespielt habt richtig blau silber rot Ja, das heißt nicht, dass ihr es richtig gespielt habt. Ihr habt es ein bisschen gespielt, weil ihr habt ja nicht alles gespielt. Ja, man muss aber auch nicht jeden Pokémon-Teil suchen. Naja, doch.